Camelot ist zusammen mit Meteors eine der beiden Einzelspieler-Karten mit stolzen sieben Spielern. Diese Karte hier ist aber eine reine Wikinger-Karte, denn gegen ein Team aus sechs anderen Wikinger-Spielern, die uns von allen Seiten umgeben, müssen wir uns behaupten. Das klingt aber deutlich schwerer, als es eigentlich ist. Es gibt drei Zugänge zu unserem Teil der Karte, zwei im Westen und einer im Osten. Allerdings ist Bauen auf dieser Karte schon für menschliche Spieler ein Krampf, weshalb die KI erst recht nicht in der Lage ist, wirklich bei uns reinzusiedeln. Dieser Berg südlich eurer Burg wird euch mit dem Löwenanteil eurer Steine versorgen. Der Berg im Osten enthält Kohle und Eisen, perfekt für eure erste Produktion. Später könnt ihr auch den Berg im Süden nutzen, der Kohle, Eisen, Gold und Stein enthält. Wichtig ist auch dieses Warenlager direkt außerhalb eurer Grenze. Die Nahrung wird die vorläufige Versorgung eurer Minen sichern, aber noch viel wichtiger sind die zwei Stapel Baumstämme, denn wir starten komplett ohne Holz. Der Anfang ist allgemein etwas eigen, aber eigentlich ziemlich simpel. Wir haben keine Werkzeuge, sondern starten stattdessen mit den entsprechenden Siedlern. Nur Bauern fehlen uns, obwohl wir mit zwei Getreidefarmen starten. Auf dem Gras nördlich des Lagers ist auch eine der wenigen guten Bauplätze für einen Fischer. Sobald das Spiel startet, reißt ihr alle Türme und Burgen mit Ausnahme der Burg im Zentrum ab. Zusätzlich reißt ihr auch den großen Tempel, ihr startet mit vier Priestern, die bis auf weiteres reichen. Die beiden Pioniere bei den Getreidefarmen stellen eine Verbindung zum Rest der Siedlung her, die anderen vier erobern das Warenlager. Fünf bis zehn eure Planierer könnt ihr in Pioniere umwandeln, denn generell sollten eure Pioniere stetig euer Gebiet erweitern. Türme können oft nicht günstig platziert werden. Von euren acht Geologen könnt ihr fünf wieder zu Siedlern machen. Eure Startsoldaten sammelt ihr bei der Burg, denn Lila kann euch jederzeit angreifen und wird das auch schon innerhalb der ersten 20 Minuten tun. Stellt aber erstmal keine große Bedrohung dar, solange ihr Axtis und Priester von der Burg fernhaltet. Durch die abgerissenen Gebäude erhalten wir 23 Holz. Das reicht für einen ersten Holzfäller, zwei Sägewerke, ein mittleres Wohnhaus und ein kleines Wohnhaus. Letzteres könnt ihr bald wieder abreißen, aber da wir mit so wenigen freien Siedlern starten, starten wir auch mit wenigen Betten, also wollen wir dieses Limit zumindest voll ausnutzen. Wenn ihr meinen Schritten bisher gefolgt seid, führen euch genau neun Siedler, um alle Betten auszulasten. Mit dem nächsten Holz baut ihr euer drittes Sägewerk, so viele Sägewerke habt ihr nämlich am Anfang und verteilt sieben weitere Holzfäller in eurem Gebiet. Bald gibt es hier jede Menge und langfristig muss der weg. Plant aber trotzdem schon mal eure Woodline im nordwestlichen Teil der Insel. Sobald eure Holzproduktion vorläufig gesichert ist, gebt ihr ein bis zwei weitere mittlere Häuser in Auftrag und geht zusätzlich den Bau von einer Steinmine, zwei Eisenminen und vier Kohleminen an. Ihr habt zunächst nur sechs Bergmänner und keinen Spitzhacken, aber es ist okay, wenn eine der Minen kurzzeitig nicht besetzt ist. Die genannten Minen sollten zur Versorgung von vier Eisenschmelzen und vier Waffenschmieden reichen, die ihr zusammen mit eurer Werkzeugschmiede und Kaserne südlich des wörtlichen Bergs bauen könnt. Zunächst werden wir uns auf Level 1 Bogenschützen konzentrieren und das hat zwei Gründe. Zum einen ist Fisch auf dieser Karte eher nervig zu bekommen. Wir starten zwar mit vier Fischern, aber es gibt kaum Orte, an denen es sowohl Fisch gibt und wir die Fischhörte nicht gefühlte drei Kilometer entfernt setzen müssen. Zum anderen haben wir es mit sechs Gegnern zu tun, von denen vier direkt über 100% Kampfkraft starten und Orange ist auch nah dran. Das Angriffswege der KI hängt allerdings auch von unserer Soldatenanzahl ab, jedoch scheinbar nur an deren absoluter Menge. Da es wesentlich einfacher und schneller ist, L1er zu spammen, reichen wir so eher eine Zahl, bei der sich die KI zurückhält. Mit L3ern zu starten fordert einen Zermürbungskrieg heraus, den ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren werdet, da sich die sechs KIs einfach mit ihren Angriffen abwechseln können. Bogenschützen sind in der Defensive insbesondere gegen Dichlinger kaum zu schlagen, da sie Axtkämpfer hardcountern und im hier gegebenen Rahmen auch gegen Schwertkämpfer effektiv sind. Zur 62. Minute, der Peacetime für den blauen Spieler, hatte ich insgesamt 170 Soldaten und das lässt sich sicher noch optimieren. Seit dieser Zeit aber wachsam, Lila greift meiner Erfahrung nach in der ersten Stunde zweimal an. Am besten deaktiviert ihr auf der Minikarte Gebäude und zivile Siegler. In dieser Zeit solltet ihr außerdem die Brotindustrie im Süden fertig gebaut und eventuell schon erstes Gold produziert haben, das ihr in L2-Bogenschützen investieren könnt. Für Fleisch können erstmal noch einige verteilte Jäger sorgen, Bulgen produziert ihr ja genug. Entwickelt euer Gebiet zunächst stetig weiter, ihr werdet viel Platz für neue Häuser benötigen. Sorgt bei der Gelegenheit auch dafür, dass ihr eine Grenze zu Grün und Blau habt. Sobald ihr euch sicher fühlt, könnt ihr beginnen, in Zielobjekte und L3-Schleitkampf zu investieren. Pausiert dazu die L2er-Produktion. Bereits jetzt Zieris sollten zunächst genügen. Grün war in meinem Run der schwächste Gegner, daher bietet er sich für den ersten Angriff an. Solange ihr keine Türme erobert, wird er sich nicht provozieren und wird keinen effektiven Widerstand leisten, wenn ihr mit 100-200 Bogenschützen einmarschiert und seine freistehenden Soldaten abnetzelt. Eure L3-Schwertis wählen die Nachhut und erobern schrittweise das restliche Land, das ihr dann für weitere Häuser und Produktion nutzen könnt. Die anderen Spieler werden auch weiter produzieren, aber letztendlich wird sie das nicht retten. Nach Grün eignen sich Gelb und Blau als nächste Ziele, danach bin ich auf die andere Seite und habe Türkis zerlegt, gefolgt von Orange und Lila. Spannend wurde es nur, als ich sowohl Türkis als auch Orange angepisst habe und Orange daraufhin tatsächlich mal Angriff, aber selbst das war effektiv ein Sieg für mich. Sobald alle sechs Spieler besiegt sind, ist diese an sich recht unterhaltsame Karte gewonnen. Mir persönlich fehlt bei einer Karte wie diesem Namen eine Art Excalibur Event. Ich hoffe, dass ich jetzt wiederholt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr unterhaltsame Karte gewonnen habe. Ich hoffe, dass ich mich immer wiederholt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr unterhaltsame Karte. Vielen Dank.